Na, Marie, jetzt haben wir ein Problem. Was ist die Freitog-Matte-Schularbeit? Ist es mehr? Ja, da nutzt sie es nicht. Dann müssen wir zur Zillachdung nachholfen. Ab zur Zillachdung nachholfen. Ja, ich komme ja schon! Ja, es geht einfach nix wie immer mehr. Ja, da macht er noch nix dran. Tier bringt auch, wenn ja schon nicht so. An echter Zillachdung nachholfen, nicht unter. An echter Zillachdung nachholfen, nicht unter. Und in der Nacht, da wird mein Mund da. Hier hat ich gleich ein Schimmungen. An echter Zillachdung nachholfen, nicht unter. An echter Zillachdung nachholfen, nicht unter. Und in der Nacht, da wird mein Mund da. Hier hat ich gleich ein Schimmungen. Ja, hat jemand, da gibt es keine Ruhe. An echter Zillachdung nachholfen, nicht unter. Und so manchmal verlassen, ich bemut. Ja, Roma, da roh nix dran. Tier bringt auch, wenn ja schon geht's auch. So, meine lieben Schülerinnen, jetzt kommen wir zur Nominierung. Maria. Was glaubst du, wem nominieren wir denn? Meinst du nicht wie zuflugst? Aufpassen bitte! Ja, Maria. Wir nominieren die Blumen und die ganzen Kälte vor Ransau. So flach jetzt. Dann, Sophie, wem nominieren wir denn noch? Anna, ich weiß nicht mehr. Anna, magst du dir helfen? Es ist kein Wunsch. Ah ja. Wir gucken, halten wir das Freizeitzentrum Zillachdahl. Super, bitte. Und da haben wir noch eine Nominierung offen. Und da gehen wir nach Stumm. Anna. Die Freiwillige Feuerwehr Stumm. So, ich möchte mich bei der Gelegenheit noch mal beim Regentag Stummerberg für die Nominierung bedanken. Wir haben total eine Gauri gehabt. Total lustig haben wir es uns gemacht und auch sehr viel gelacht. Und ich wünsche den dreien natürlich genauso viel Spaß und Freude am Drehtag. Mir gefreut uns schon wahnsinnig auf heute. Boah! Nummer 9, Nummer 9, Nummer 9, Nummer 9. seatson.